Willkommen bei einem neuen Tutorial, diesmal zu Crusader Kings 3. Und nicht das übliche Tutorial, wo wir uns jeden einzelnen Schritt anschauen, sondern ähnlich wie beim Civilization Tutorial gucken wir uns mal ganz speziell an, wie man denn dieses Spiel meistern kann. Und vor allen Dingen, welchen Fehler man am Anfang, gerade wenn man das Spiel noch nicht so lange gespielt hat, unbedingt vermeiden sollte und worauf man auf jeden Fall abziehen sollte, um dieses Spiel mit kleinem Land gigantisch zu meistern. Wenn ihr Interesse an anderen Strategiespielen habt, schaut mal im Kanal vorbei. Civilization 6 ist da ausführlich abgedeckt. Auch kleine Strategiespielen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Und auch alles mögliche über die Gaming-Industrie an sich. Auch zu Paradox ein paar Videos. Oder kommt bei Twitch vorbei, OmniLP. Aber jetzt hören wir auf, darüber zu quatschen, sondern gehen direkt mal rein. Jeder, der das Spiel schon mal gestartet hat, kennt halt diese Karte hier. Gigantisch viel Auswahl, viele Länder. Und wonach richtet man sich jetzt? Ja, ganz einfach ein Achievement, also eine Herausforderung irgendwo zu nehmen, wäre am einfachsten, um zu verstehen, okay, ich habe hier ein Ziel, da will ich hin. Jetzt würde ich euch aber niemals empfehlen oder selten empfehlen, um den Spielspaß hochzuhalten und euer Können zu schulen, ein großes Reich zu wählen. Denn das ist ein Fehler in meinen Augen, denn da kommt ihr vor große Verwaltungsaufgaben. Ihr seid auch gar nicht selber an die Macht gekommen. Und das ist nicht wirklich das Spiel meistern, sondern sich halt möglichst einen einfachen Weg suchen, der aber manchmal auch wesentlich schlimmer sein kann, als wenn ich mir mein Reich selber kreiert habe. Ich würde euch im Gegensatz dazu empfehlen, dass ihr entweder einen Herzog oder am besten, um es mal richtig hart zu lernen, einen Grafen spielt. Als Beispiel geht ihr auf gemeine Titel und schaut euch sowas an, wie zum Beispiel Irland und Desmond, wäre ganz interessant. Und dann gibt es natürlich noch einen Unterschied zwischen Feudal und auch Stamm. Das sollte auch jedem bekannt sein. Ich will es nur mal kurz aus den Füßen haben. Denn Stamm ist das Problem, dass ihr noch mehr verführt seid, als Feudal den großen, großen Fehler zu begehen. Nämlich mit Stammespolkern könnt ihr halt alle Kulturen um euch herum relativ leicht, wenn ihr einigermaßen das Spiel schon mal gespielt habt, einnehmen. Das Problem ist aber, und das denke ich mal kennen die meisten von euch, dass das Reich dann eben sehr stark splittert. So wie wir es zum Beispiel jetzt auch beim Heiligen Römischen Reich sehr oft im Spieldurchgang sehen, weil eben die Erbfolge eines der größten Probleme ist. Okay, okay, das ist wohl glaube ich jedem klar. Jetzt gehen wir aber wirklich mal rein in die Geschichte. Und zwar starten wir doch einfach mal mit Desmond, um einfach nur etwas zu zeigen. Was nämlich die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht so oft getan haben, außer ihr seid halt wirklich schon Veteranen. Und dann, warum seid ihr hier? Geht das Spiel spielen? Dann geht ihr mal auf Gelände. Denn das tun wahrscheinlich die wenigsten von euch. Denn ihr seht hier verschiedene Geländearten. Die sieht man auch beim Auswahlbildschirm so gut wie gar nicht. Man kann sich natürlich die Farben einprägen, dann kann man es erkennen. Vielleicht zum Beispiel das blaue Feuchtgebiet bedeutet, während hier zum Beispiel das rote Ackerland bedeutet. Und dann gibt es halt Hügel, Tiger ist da oben und Berge sind zum Beispiel die grauen Gebiete hier. Und diese Dinger machen extrem viel aus. Da denkt man natürlich am Anfang überhaupt nicht dran. Es gibt auch noch zum Feuchtgebiet ganz in Afrika zum Beispiel und auch oben in Ägypten, die Auen. Auch extrem wichtig und extrem selten. Das können wir hier oben nochmal sehen. Hier bei Euphran und Tigris müssen es sein, Mesopotamien. Und das wäre es eigentlich schon. Ihr seht sehr selten, genauso wie Ackerland. Ja, warum erzähle ich euch das eigentlich? Ja, weil wenn ihr tatsächlich das Spiel meistern wollt, müsst ihr überlegen, wo starte ich? Egal, welches Schiefmünder ihr habt. Ja, außer ihr müsst eins haben, wo ihr eine bestimmte Kultur habt. Dann müsst ihr dann mit den Begebenheiten klarkommen. Könnt aber eure Hauptstadt immer noch umsiedeln. Aber ihr müsst vor allen Dingen schauen, was leistet mein Gebiet. Ja, und warum ist das wichtig? Das ist ein essentieller Grund. Wenn wir uns zum Beispiel die verschiedenen Gelände mal hier ansehen. Wir haben hier Wald und wir haben die Ebenen. Die Ebenen und Wald sind relativ wenig spektakulär. Ebenen geben gar keine Effekte, außer eben Gefahr. Die interessiert uns jetzt ehrlich gesagt nicht. Und der Wald gibt so zum Beispiel weniger Versorgungsschwelle. Das wäre jetzt schon etwas, was man auch beachten muss. Versorgungsschwellen sind extrem wichtig, damit rumzuspielen. Auch das denke ich aber, dass schon Leute, die ein bisschen gespielt haben, schon mitbekommen haben. Sonst schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann mache ich dazu auch nochmal was ganz Besonderes. Aber wichtig ist halt vor allen Dingen sowas wie das Feuchtgebiete. Ihr seht, dass die deutlich weniger Entwicklungszuwachs haben. Und Entwicklung ist unser zentraler Punkt, den ich hier anführen will. Denn die meisten machen immer, ich auch, den Fehler am Anfang einfach Vollgas zu geben. Erobern, erobern und erobern. Was man kann, gerade als Stammesherrscher, weil man halt einen unendlichen Kriegserklärungsmöglichkeit hat. Und dadurch eben komplett drumherum alles einnehmen kann. Das Problem ist, das fällt dann sehr auf einen zurück. Man wird dann irgendwo von seinem blöden Vasallen, seinem blöden Bruder oder dem verdammten Onkel von nebenan umgebracht. Oder eben von dem aggressiven Nachbarn. Und das kann halt dazu führen, dass ihr meistens sehr schwach, sehr schnell besiegt werdet. Und Entwicklung ist eben entscheidend, um die Macht eurer Siedlung anzugeben. Ihr seht hier zum Beispiel eine Entwicklung von 6 von 100. Das heißt, unsere Aufgebote sind um 3% gesteigert. Die Steuern um 3% gesteigert. Die Versorgungsschwelle um 900. Das heißt, wir können größere Armeen unterhalten, haben mehr Geld. Und wir können auch in dem Gebiet mehr Armeen einfach stationieren. Und dieser Wert ist halt essentiell. Und was können wir damit machen? Weil ich glaube, den hat man schon mal gesehen. Aber essentiell ist das deswegen, weil ihr damit natürlich sauschnell rushen könnt. Und ihr könnt diesen Wert extrem pushen, wenn ihr die richtigen Hebel umlegt. Und diese Hebel, die will ich euch zeigen, damit ihr nicht als Desmond auch immer anfangt, hier alles zu erobern. Und nachher bricht euer ganz Irland zusammen, weil irgendwie euch Schottland angreift oder England angreift. Und ihr keine Chance habt, euch zu verteidigen. Oder weil, wie gesagt, der blöde Onkel einen dann ermordet und das Kind auf den Thron setzt. Schauen wir uns die weiteren Geländetypen an. Und sehen wir halt nochmal diese Auen. Die sind extrem stark. Ihr seht hier am Anfang. Auen haben tatsächlich einen Entwicklungszuwachs von plus 20%. Wenn ihr also noch gerade am Anfang seid und sagt, ich will mir eine Herausforderung stellen, aber nicht zu krass, empfehle ich euch in den Auen anzufangen. Und hier, die in Afrika bieten, obwohl sie stammend sind, schon mal eine sehr gute Basis, um extrem stark zu werden, ohne wirklich belästigt zu werden. Und bei diesen 20% hören sich erstmal wenig an. Aber ihr müsst überlegen, dieser Tick kommt ständig dazu. Den ihr immer wieder haben werdet, um eben im Monat oder Jahr eure Entwicklung halt voranzubringen. Ihr seht auch, dass die Entwicklung in diesem afrikanischen Niemandsland, sage ich jetzt einfach mal, tatsächlich schon bei 11 von 100 liegt. Während in Irland das Feuchtgebiet erst bei 6 von 100 liegt. Ein ähnliches Prinzip finden wir hier beim Ackerland. Und trotzdem sage ich euch, dass das Auenland, naja die Auen, halt immer besser sind, auch wenn sie in Afrika irgendwo weit weg liegen, als dieses Ackerland. Das hat erstmal zwei Gründe. Erstens, das Potenzial, was ich euch zeigen will, ist in diesen Auen wesentlich höher als beim Ackerland. Und zweitens sind Ackerländer, außer manche Ausnahmen, tatsächlich meisten Gebieten, die deutlich schwerer auch zu starten sind. Und damit eben schwerer umkämpft sind. Egal welches Gelände, es ist wichtig, dass wir in einigen Patches unsere Kulturen ändern können. Und jetzt gibt es zwei Varianten, die euch eben ein absolutes Meistern dieses Spiel ermöglichen. Und zwar generell solltet ihr mit diesen Kulturen und auch mit der Religion massiv herumspielen. Religion ist schon was, wo man ein bisschen Rücksicht haben muss und aufpassen muss, dass man nicht überrannt wird. Also gehen wir zuerst mal auf die Kultur ein. Das ist nämlich ein bisschen einfacher. Um das zu zeigen, steigen wir doch einfach mal auf Dudugu um. Das ist diese afrikanische Provinz, ungefähr bei Mali irgendwo in der Nähe oder eben hier haben wir Ghana jetzt in der Nähe. Und dieses Gebiet ist eben dieses grauen Gebiet. Es gibt viele verschiedene Strategien, die Gebiete bis zum Maximum aufzunutzen, um eben krasse Entwicklungen bereitzustellen. Weil ihr seht, wir sind jetzt bei 867 und haben schon acht Entwicklungen, was schon extrem hoch ist. Womit man auch als Stammesvolk, was wir jetzt halt sind, tatsächlich hoch loslegen kann. Der weitere Faktor, den wir dann, bevor wir jetzt die Kultur wirklich angehen, haben, ist natürlich auch, jedes Gebiet hat natürlich auch Slots. Und ihr seht, vorrichtig, das hier, also unsere Hauptstadt jetzt momentan, also unser Stammesdorf, ist im Auengebiet. Die anderen beiden daneben sind aber im miesen, fiesen, trockenen Gebiet, was minus 5% Entwicklungszuwachs hat und auch so gut wie nichts an irgendwelchen speziellen Strategien bietet. Und ihr seht dann, die nächsten drei, also die nächsten zwei, also drei insgesamt, sind dann wieder auf diesem Auengebiet. Auch da müsst ihr darauf aufpassen, dass ihr eben wisst, gewisse Gebiete haben verschiedene Geländetypen, was natürlich auch realistisch ist und auch gut so ist. Und da müsst ihr eben auch darauf achten. Wir sehen zum Beispiel hier auch wieder dieses Feuchtgebiet, ist auch direkt in der Nähe. Auch damit kann man arbeiten tatsächlich, auch wenn man denkt, ja, minus 25% hört sich aber schon ziemlich brutal an, ist aber durchaus möglich. Ja, und die Kultur, wenn wir jetzt mal reingucken, Bidaisch ist unsere Kultur, oder bosonische Kultur, Entschuldigung, die hat tatsächlich schon einen der wichtigsten Traits, und zwar Feuchtigkeitsbewohner. Und die haben die Feuchtigkeitshöfe-Reihe von Gebäuden, hat zusätzlich Boni in Grafschaften dieser Kultur. Extrem nervig ausgedrückt, schrecklich auch zu sehen, da muss man tatsächlich, wenn man Iron Man spielt, ja, entweder neu starten oder Safe Scum betreiben, damit man weiß, was genau die bieten. Aber ihr habt halt tatsächlich einen riesigen Vorteil, wenn ihr schaut, denn dieses Feuchtgebiet ist ja nicht die Auen. Ihr seht aber, dieser negative Trade wird aufgehoben. Und, und jetzt kommt es dazu, ihr kriegt auch noch Gebäudebaukosten, minus 15%, was extrem stark ist und was man richtig fies schießen kann, bis zur Unkenntlichkeit tatsächlich. Gerade in diesen afrikanischen Gebieten hier ist das ein absolutes Fest, kann ich euch nur empfehlen, mal nachzuspielen. Geht aber theoretisch natürlich mit diesen Trades, die wir uns jetzt angucken, in allen Richtungen. Weil ihr solltet in eurem ersten Leben, sag ich mal, gar nicht darauf hinaus sein, hier alle Gebiete einzunehmen. Ihr könnt natürlich gucken, dass ihr vielleicht den Herzogstitel irgendwo fertig macht, das ist sinnvoll, den auch erstellt, damit eure blöden, äh, eure lieben Kinder nicht euer ganzes Reich zerreißen. Das ist schon sinnvoll, das heißt, jene hier zum Beispiel auf jeden Fall kreieren und das erobern. Das ist schon sinnvoll, alles andere nicht. Denn alle Herzogstümer nach dem ersten werden dann unter eure Kinder aufgezeilt und das sind alles undankbare, kleine, miese, liebevolle Kinder, die natürlich überhaupt nicht gierig sind und euer gesamtes Gebiet haben wollen. Nein, nein, das ist schon mal, das soll aber auch die meisten von euch wissen, der Grund, warum man nicht zu viele Kinder kriegen sollte. Das ist keine gute Idee, das ist zwar immer zum Meme, ist das lustig, aber nicht, wenn ihr wirklich das Spiel in guter Weise spielen wollt. Ja, wir zweigen auf jeden Fall jetzt mal die Kultur ab, das heißt, unser erster Charakter sollte darauf ausgelegt sein, erstmal die Kultur abzweigen. Ihr seid natürlich immer in der blöden Pflicht, sag ich mal, etwas zu ändern. Wenn ihr nämlich die Kultur abzweigt, müsst ihr jetzt eins von diesen Dingen ändern. Das heißt, ihr dürft jetzt nicht hier zum Beispiel einfach mal gemeinschaftlich bleiben, was eigentlich ganz cool ist, weil Baukosten sind nochmal um 5% niedriger, was extrem stark ist. Aber ihr müsstet dann zum Beispiel auf Kriegslust durchgeben, bürokratisch und so weiter. Bürokratisch wäre sehr gut, weil Entwicklungszuwachs nochmal 15%. Ihr merkt, wir haben 25%, wir haben 15% oder in den Augen haben wir 20% und hier die 15%. Also schon mal einen ordentlichen Batzen an Zuwachs. Dann geht da zwar die 5% Baukosten verloren, das ist aber nicht so wichtig. Ihr müsst auf jeden Fall eins von diesen Dingen immer ändern. Das ist einfach so, wenn ihr den nicht ändert, kommt hier oben kein Kulturpfeiler ändern. Dann könnt ihr den Namen natürlich ändern, interessiert uns aber nicht so viel. Wir können jetzt hier nämlich unsere Trades ändern. Ihr seht erstmal, was hier für eine Masse an Trades ist und dafür bin ich ja da, um euch das eben zu zeigen. Und die wichtigsten Trades, um wirklich Entwicklung und damit eure Macht in einem Gebiet, einem Herzogtum bis zur Unkenntlichkeit zu steigern, sodass ihr auch teilweise 6.000, 7.000 Armeen in dem Gebiet oder auch mehr später haben könnt, das steckt hier in diesen ganzen Trades mit drin. Unter dem Reich haben wir schon mal ganz wichtige Fraktionen oder ganz wichtige Trades, die euch tatsächlich einen großen Vorteil je nach Gebiet geben. Zum Beispiel Dschungelbewohner negiert halt den negativen Entwicklungszuwachs von Dschungeln, minus 25%, jetzt habt ihr 25% drauf, seid also bei 0. Was ganz okay ist, kann man also auch im Dschungel spielen, wenn ihr zum Beispiel eine Herausforderung habt, wo ihr ja unbedingt darauf hingehen müsst. Gebäudekosten sind auch geringer, das kann man halt nachher mit der Religion noch massiv kombinieren, dass man lächerlich wenig Geld ausgeben muss, was schon wirklich peinlich ist und euch dann zum absoluten Powerhouse machen kann. Aber damit könnt ihr zum Beispiel Dschungel negieren. Genauso halt mit Bergbewohnern, ein ähnliches Prinzip, ihr seht es hier, Entwicklungszuwachs wachsen in Bergen um 20%, Bergwiesen um 35%. Damit negiert ihr meistens alles oder fast alles der negativen Dinge in diesen verschiedenen Gebieten und ihr kriegt immer einen satten, leckeren Gebäudekostenbonus, der euch auf jeden Fall einen Hiesing-Vorteil bringt zusammen mit der Religion. Grundlegend kann man also schon mal sagen, wenn ihr jetzt irgendein Archivement habt, wo ihr ein ganz spezielles Gebiet habt und nicht irgendwie in Auen ausweichen könnt, Feuchtigkeitsgebiete oder Ackerland oder sonst irgendwelche Traumgebiete, dann solltet ihr auf jeden Fall mit eurem Erstcharakter auf die jeweiligen, ich nenne sie mal Negierungstraits hinarbeiten, damit ihr wirklich einen Vorteil erringen könnt, den ihr sonst nicht haben könnt. Nämlich eben nicht negative Entwicklung oder ein bisschen mehr Entwicklung und ein bisschen billigeres Bauen. Das Ganze gibt es halt in allen Varianten, zum Beispiel Wald, Büste und so weiter und tatsächlich auch für die Auen. Was schon ein bisschen lächerlich krank ist, dafür hat es wohl auch negative Effekte, denn ihr habt mehr zufriedene Leute, was nicht unbedingt besonders gut ist, weil es als Vasallen gar nicht schlecht ist, aber ihr habt die Fleißig-Eigenschaft, die extrem stark ist, geduldig, was auch nicht schlecht ist, okay, und athletisch, was sehr, sehr gut ist, haben weitere Bonis und ihr habt mehr Kriegsführungsausbildungspunkte bei ihren Kindern, aber weniger Kampfbeschick, was tatsächlich sehr mies ist und die Kriegsvölker kosten mehr Anwerbungsgeld, nicht Unterhalt, sondern nur das Anwerben, das ist gar nicht so schlimm. Aber ihr seht, was ihr dafür kriegt, 10% mehr Aufgebote, 30% mehr Entwicklung, minus 10 Gebäudekosten, sowohl für Auen als auch Ackerland. Auen gibt es halt meistens mehr an einem Stück, deswegen ist es noch immer stärker, aber Ackerland kann man natürlich damit auch extrem krank buffen. Ihr werdet aber meistens, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf die Karte nochmal hinausgeht, nicht irgendwie 10 Ackerland-Felder nebeneinander finden. Ihr seht immer so einzelne Patches, die müsstet ihr euch natürlich auch irgendwie besorgen, während ihr hier zum Beispiel ein fast gesamtes Herzogtum voller Feuchtgebiete und Auen habt, was eben absolut lecker ist. Gut, das sind jetzt die einfachen Dinge. Ja, Land, ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich schon mal selber hinbekommen, wenn ihr schon etwas weiter geguckt habt und nicht nur einfach vor euch hingespielt habt, sondern auch mal Kulturen abgezweigt habt, auch mal Mischkulturen erstellt habt, was man auch machen kann, um eben gewisse gute Attribute zu bekommen, auch einzigartige Attribute zu bekommen. Da kommen wir aber ganz am Ende zu. Ein anderer wichtiger Trade ist tatsächlich Gartenbauer. Das wertvollste Schlechthin, auch wenn es sich total bescheuert anhört. Und es steht hier auch nirgendwo drin, was genau das macht, aber ihr kriegt hier ein Hofamt-Hofgärtner. Und dieser Hofgärtner erhöht eure Entwicklungszuwachs, wachsend nochmal um, je nachdem wie gut er ist, einige Prozent, ich glaube bis zu 30 Prozent können es sein, aber zitiert mich lieber nicht dafür, auf jeden Fall deutlich höhere Prozente, sodass ihr eure Wachstum nochmal deutlich voranbringen könnt. Zusätzlich dazu kann man eben, jetzt müsst ihr entscheiden, ihr habt erst drei Slots, die anderen Slots werden erst später freigeschaltet, kann man dann noch mehr Attribute hinzufügen. Und so ergänzt ihr das mit Fleißig. Fleißig ist auch sehr cool, auch da sehen wir erstmal keine Entwicklung, aber erstmal Gebäudebauzeit, was nochmal wichtig ist für die später Kombination. Aber wichtig ist oben 25 Entwicklungswachstum, wenn ein Gebäude abgeschlossen wird. Und ihr merkt also, ihr kombiniert weniger Kosten für Gebäude, weniger Bauzeit mit viel Entwicklung und eben auch Entwicklungswachstum. Wichtig ist Entwicklungswachstum, wer das noch gar nicht weiß, guckt hier drauf. Das heißt nicht, ich kriege hier 25 von 100 dazu, sondern ihr seht unten nochmal Entwicklungswachstum. Da müsst ihr 100 erreichen, um einen Punkt zu kriegen. Ihr seht, unsere momentan Änderungen werden 0,3 lächerliche Änderungen im Monat. Das heißt, das müsste man auf jeden Fall schon mal buffen. Da wir momentan in den Auen sind und da noch nichts von haben, bekommen wir da auch momentan nicht irgendwelche Boni angerechnet. Da muss man auch schon ordentlich stacken, wie ihr seht, damit das auch wirklich relevant ist. Deswegen braucht ihr sowohl den Gärtner, als auch die Fleißigfähigkeit. Und das ist schon extrem stark. Das heißt also, vier Gebäude fertig machen und ihr habt einen Entwicklungspunkt dazu. Das hört sich erstmal nicht viel an. Seid ihr aber einmal so richtig in Madness drin und könnt in euren sechs Gebieten jeweils ein Gebäude fertig pumpen, dann wird das so ein richtig schön fieser Spaß. Und wie gesagt, das kann man so machen oder man kann es mit der Religion, was aber ein bisschen gefährlicher ist, aber in Afrika geht es eigentlich, dann nochmal kombinieren, um das Ganze lächerlich stark zu machen. Das waren erstmal so die zwei wichtigsten Gartenbauern fleißig und eben, ja, eigentlich drei dann mit dem Landschaftsattribut. Je nachdem, welcher Landschaft ihr habt, nutzt das Attribut hier jetzt aus und nehmt diese beiden auf jeden Fall mit. Ihr seht, das kostet verdammt viel Prestige. Das heißt, ihr müsst extrem Prestige grinden. Da kommen wir auch noch zu, wie das billiger wird und wie man das auch einfach machen kann. Aber ich gebe euch noch ein paar Sachen, die gehören eigentlich ins einzelne Tutorial. Aber dass ihr schon mal wisst, wie ihr das ergänzen könnt. Erstens könnt ihr Gebiete erobern, die regionale Trades haben. Diese Kulturen dann mit euch zufriedenstellend machen und dann Mischkulturen erstellen, wo ihr zum Beispiel extrem stark Kriegsvölker kriegt. Und das gibt es in mehreren Kulturen. Die könnt ihr auch nur kriegen, indem ihr diese Kultur halt spielt oder mit denen eine Mischkultur gebildet habt. Aber das ist etwas, was man in einzelnen Tutorials nochmal durchgehen kann. Da könnte ich euch mal die Tops und Flops davon durchgeben. Das sind so die drei wichtigsten Sachen. Diese beiden sind halt ein Must-Have dafür, wenn ihr mit Entwicklung pushen wollt, um richtig mächtig, richtig früh zu werden. Da könnt ihr, wenn ihr das richtige Gebiet habt, richtige Settings habt und das sehr Min-Max, auch mal locker in 100 Jahren auf 100 Entwicklungen kommen. Vielleicht in 200 Jahren ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall extrem schnell so, dass ihr eigentlich, wenn ihr mit 867 anfangen, zum zweiten Startpunkt schon 100 Entwicklungen habt. Und damit ein Gebiet habt, was derart krank ist, womit ihr sehr viele große Reiche auch zerbrechen könnt. Und eben den Landschafts-Strape, den ihr mal entsprechend eurer Landschaften zufügt. Wenn ihr halt extrem abgeben wollt, dann nehmt halt Auen oder Ackerland. Jetzt geht aber auch Feuchtgebiet, was sehr stark ist, weil ihr einfach 15% weniger Baukosten habt, was ihr nicht mal bei Landwirtschaft kriegt, wo ihr nur 10% kriegt. Aber diese beiden sind halt die stärksten, aber alle anderen kann man halt ergänzend auch nutzen. Jetzt könnte ich noch lange philosophieren, wenn man noch alles hier reinpacken muss. Das sind aber einzelne Tutorials. Ich sage nur nochmal so viel, ihr könnt auf jeden Fall diese Sachen ergänzen, wenn ihr vierten, fünften und sechsten Slot habt. Durch Kriegsgunst. Das führe ich aber zu weit. Das wäre, wie gesagt, ein eigenes Tutorial. Ihr könnt da drunter schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist ja jetzt erstmal auch ein Test hier. Schauen wir uns erstmal den Lebenswandel an. Das heißt, ihr würdet hier auf euren Charakter gehen und euren Lebenswandel auswählen. Und zwar, wenn ihr diesen ersten, oder es sind manchmal auch zwei Charaktere, wenn ihr Pech habt, dann geht ihr tatsächlich auf Bildung. Und generell, ehrlich gesagt, gehe ich eigentlich so gut wie immer auf Bildung. Erstens seht ihr Schwerpunkt auf Gelehrsamkeit, 3 Bildung, 15 Zuwach. Wir haben nämlich noch einen Vorteil, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Ihr müsst sehr viel Bildung anhäufen, weil ihr, wenn ihr der Höchste, mit der höchsten Bildung seid in eurer Kultur, wenn ihr neu erschafft, seid ihr das eh, weil ihr der Einzige seid, der die Kultur hat. Das ist auch gut. Ihr wollt die Kultur in nicht viele Gebiete haben, komme ich gleich zu. Aber wenn ihr die höchste Bildung habt, kriegt ihr nämlich auch die Möglichkeit zu forschen. Und zwar hier in dieser Kultur auf Innovationen gehen und selber bestimmen, welche Innovation gerade geforscht werden soll. Sonst könnt ihr das nicht. Und wenn der Typ, der hier dann der Chef dieser Kultur ist, ein Dummian ist, also mit vier Bildungen zum Beispiel nur, dann wird die Innovation auch sehr langsam geforscht werden. Und je mehr, und jetzt kommt der wichtige Knackpunkt, den wahrscheinlich auch kaum jemand kennt, je mehr von einer Kultur auf einer Kraft vorhanden ist, desto mehr brauche ich eigentlich, um die Innovation frei zu gestalten. Und desto schwieriger wird es, ein richtig starkes Gebiet zu haben. Wenn ihr zum Beispiel jetzt zehn Gebiete habt und alle von diesen zehn Gebieten, nehmen wir einfach mal jetzt hier dieses Bourbonisch, all diese zehn Gebiete hätten, sagen wir mal, circa zwei Entwicklungen. Und ihr pusht jetzt ein Gebiet auf irgendwie 20 Entwicklungen. Dann habt ihr trotzdem neun Gebiete mit zwei Entwicklungen und eins mit 20. Das heißt, eure Forschungskraft, sage ich jetzt einfach mal, ist extrem niedrig, weil eure Entwicklung neun mal zwei sind 18 plus 20 durch 10 sind. Also 38 durch 10 sind 3,8. Und damit könnt ihr nicht sehr schnell forschen. Das könnt ihr auch mal schön hier sehen. Ihr seht das mit dem Basisfortschritt. Und jetzt sieht man hier durchschnittliche Entwicklung von Bourbonischen Grafschaften plus 0,02. Das sieht man hier unten. Da habt ihr es. Und wenn ihr dann eben diese Rechnung, die ich jetzt gerade gesagt habe, habt, dann solltet ihr auch darauf achten, dass ihr eure Kultur eigentlich gar nicht verbreitet. Ihr setzt also auch Vasallen später ein, die Kultur gar nicht haben. Ihr wollt die Kultur nur für euch. Die soll natürlich nochmal ähnlich sein, damit die alle Leute euch nicht komplett hassen. Aber die sollte halt so anders sein, dass ihr der Chef seid, die Innovation auswählen könnt. Und nur das krasseste Gebiet, also eure zwei, drei Grafschaften, die ihr richtig pusht, nichts anderes, diese Kultur habt. Ein Riesenfehler, den so viele Spieler machen, ist, nicht auch am Anfang, die Kultur einfach überall zu verbreiten, weil es gibt ja weniger Meinungsmalus. Wen interessiert es? Ihr wollt diese Innovationen pushen. Weil dann schafft ihr es auch, Innovationen immer bis zum Cap zu hauen, bevor ihr überhaupt im nächsten Zeitalter seid. Und dann seid ihr so mächtig. Vertraut mir, das macht richtig Bock. Jetzt habe ich schon viel gequatscht, aber das kennt ihr eigentlich von mir. Wenn nicht, schaut euch alle Videos an, Civilization oder sonst irgendetwas. Aber eigentlich kam man ja darauf zurück, dass wir sehr viel Kosten haben. Wir wollen uns jetzt aber wirklich dem zuwenden. Das ist nämlich relativ wenig spektakulär, wie man diese Kosten tatsächlich grindet im Endeffekt. Gehen wir erstmal darauf ein, warum wir denn jetzt hier diese bunke Welt haben. Also die 15% ist klar. Mehr Bildung gibt uns bessere Innovationen. Mehr Forschung gleich besser. Und wir würden auf Gelehrten gehen, um das nochmal zu ergänzen. Forschung, Kultur, Interesse plus 20%. Da könnt ihr nochmal das Ganze, wenn ihr dann wirklich eure Kultur geändert habt, erhöhen. Und hier nochmal mehr Entwicklung und gemeine Effektivität. Das ist nichts, was automatisch funktioniert, sondern da müsst ihr immer, und das solltet ihr auch generell tun, immer euren Ratsverwalter hier mit mehr Entwicklung in Gemeinden nehmen. Da kriegt ihr plus 1,6 pro Monat. Der Wert muss natürlich gut sein. Also ihr könnt den jetzt zum Beispiel mal rausschmeißen und durch den höchsten holen. Das könnt ihr auch machen. Da braucht ihr aber nochmal ein extra Tutorial, um euch eben Leute zu zeigen, wie man Leute einheiratet in euren Hof. Und setzt ihn da hin und dann erhöht ihr eure Entwicklung und das würde um 20% erhöht werden. Die Kosten sind dann relativ wenig spektakulär. Ihr solltet mit den Aktivitäten arbeiten und solltet immer Jagd durchführen. Ihr geht hier auf diesen Haken und sagt, jo, erzähl mir, wenn er da ist. Und dann haut ihr die ganze Zeit Jagd durch. Und dann geht ihr nicht weit. Ihr geht einfach irgendwo hin und guckt, dass ihr hier drauf klickt. Und am besten, wenn ihr das Geld habt, dann solltet ihr mehr Prestige oder viel mehr Prestige beabschlüsst. Kostet natürlich dann mehr, dann seid ihr bei 45 Kosten, was sehr gut ist. Ich würde euch empfehlen, dann auch vielleicht erstmal als Graf zu bleiben, wenn ihr sagt, ich habe nicht so viel Geld, was reinkommt. Gerade als Stamm manchmal etwas schwierig, aber auch bei Fodal her schon durchaus möglich. Und wenn ihr Graf werdet, wird das Ganze teurer. Wenn ihr König werdet, sogar noch teurer. Ihr geht in diese Jagd, dann geht ihr einfach hier auf den Knopf. Und dann wird einfach geseiert und gebesabbelt. Und dann könnt ihr einfach hier drauf gehen. Okay, ich möchte nicht auf Erholung gehen, sondern ich möchte die Bestie erledigen. Das heißt, eure Chance wird erhöht. Bestie erledigen, dann könnt ihr noch mehr Prestige haben. Weil die Prestige gewinnen erhöht sich nämlich, je besser ihr abschneidet. Also wenn ihr das Bild erlegt, kriegt ihr mehr Prestige, als wenn ihr einfach nur hingeht. Aber ich sage mal Pi mal Daumen, so 200 bis, ja sagen wir mal 600, um mal so für irgendeine Zahl, könnt ihr dann pro Jagd bekommen. Und diese Jagd könnt ihr dann alle paar Jahre wieder durchführen. Festmahl, wenn ihr sehr viel Geld habt, könnt ihr auch machen. Festmahl würde euch wohl auch einiges kosten, wie ihr hier sehen könnt. Könnt ihr aber einfach hier machen. Ist aber nicht so teuer, wie es angegeben ist. Auch da ist das Spiel manchmal etwas dumm. Das zeigt euch einfach einen falschen Werk an. Das kostet nicht nur 27, nicht 90, wie es da stand. Weil ihr es bei euch selber feiert. Ist aber Prestigemäßig meistens nicht so gut. Dann müsst ihr auf jeden Fall hier auf Komplexität der Gerichte gehen. Und diese beiden Aktivitäten haut ihr halt bis zur Umkenntlichkeit raus. Schaut, dass ihr nicht sterbt. Und schon generiert ihr Prestige, wie der letzte weiß ich nicht was. Und damit könnt ihr ihr Prestige soweit steigern. Natürlich gibt es auch Events und so weiter, die auch dazu zählen. Als Stammensherrscher wäre es halt auch hilfreich zu erobern tatsächlich. Das heißt, unser erstes Herzogtum haben wir ja gesagt, würden wir erobern wollen. Das können wir natürlich nicht ganz, weil Ghana auch noch ein Stück davon hat. Aber wir könnten schon mal die anderen Gebiete erobern, die eben zu unserem Herzogtum gehören. Mehr geht da leider nicht. Da muss man erstmal grinden. Man kann aber auch sagen, ich ändere meine Kultur erstmal nur um eine Tradition. Aber vorsichtig, ihr könnt dann 50 Jahre nicht weiterhin ändern. Deswegen solltet ihr eigentlich einmal auf richtig viel forschen oder richtig viel gehen. Und richtig verringern könnt ihr das eigentlich nur mit einer Kulturfähigkeit selber wieder, die zum Beispiel Nordmänner haben. Da das Ganze ein paar Jahre dauert, gebe ich euch schon mal einen Tipp. Auch wenn da wieder eigentlich ein eigenes Tutorial gehört. Setzt einfach die billigsten Dinge ein, die es gibt. Dieses leichte Fußvolk ist absolut schäbig. Braucht er an sich niemals, weil es halt das schlechteste Kriegsvolk ist. Aber es gibt eure Zahlen hoch. Also jetzt 100 pro Einheit. Und dann einfach erhöhen, erhöhen. Das sind jetzt Pekinierer, aber ihr versteht schon den Drill. Die sind sehr günstig, auch im Unterhalt, wenn ihr sie nicht ausgehoben habt. Dann könnt ihr diese tatsächlich eben benutzen, um dann eure Macht zu projizieren. Also 600 mehr dann zu haben. Dann greifen euch auch die Gegner drumherum nicht so sehr an. Habt ihr dann diese beiden Trades schon mal durch? Dann könnt ihr auch entscheiden, wenn ihr sagt, ich brauche diese 15% erstmal nicht. Könnt ihr hier auf tatsächlich rasch behauen hingehen, um die Gebäudekost zu verringern. Was bei Stamm nicht so wichtig ist, wie bei Feudal. Vor allen Dingen wäre dann Zentralisierung wichtig, weil da nochmal der Entwicklungszuwachs plus 0,3 pro Monat einfach platt, also nichts mit irgendwelchen Prozenten, erhöht wird. Was eben auch nochmal hilfreich ist. An sich ist aber Bildung, gerade wenn ihr eine neue Kultur gegründet habt, noch mal besser, weil es schneller geht. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist schon mal ein riesen Batzen. Ich würde euch auch gerne einen super Safe Game dafür zeigen. Das Problem ist, ich habe einmal meine Safe Games alle gelöscht, weil ich ein sehr intelligenter Mensch bin. Wir können einmal hier hinschauen bei Schipten. Das Problem ist mit diesen Krankheiten. Dann ist die ganze Entwicklungsgeschichte deutlich schwer geworden. Ihr seht trotzdem, das Ergebnis ist, dass wir 3,3 pro Monat halt dazu bekommen. Plus eben nochmal diesen Entwicklungsfortschritt durch Entwicklungen in Gemeinden, sodass wir tatsächlich ordentlich was dazu gewinnen. Wodurch wir tatsächlich dann relativ zügig auch unsere Entwicklungspunkte steigern. Wie gesagt, nicht so schön, wie ich es mir wünschen würde, eben durch diese neuen Seuchen. Die sind tatsächlich sehr nervig. Aber ihr seht es halt, dass ihr diese Punkte dazugekommen habt. Feuchtigkeitsbewohner, plus 10% ägyptisch und so weiter und so fort. Was dazu kommt? Der Hofgärtner, ihr seht es, plus 0,55 pro Monat. Was extrem viel ist. Wirkt nicht so, aber ist tatsächlich sehr viel. Gibt sogar fast diese negativen bestehenden Entwicklungsmalus wieder weg. Jetzt ist aber wichtig, wir haben ja jetzt Fleißig natürlich als Kultur. Wir können hier mal reinschauen in unsere Kultur. Wir haben Fleißig, Feuchtigkeitsbewohner, Gartenbauer und ja, die Hürden. Hürden ist auch eine Fähigkeit. Wer gehört aber wieder zu anderen Tutorials? Nicht zu diesem hier. Und wir haben gemeinschaftlich, das heißt, unsere Gebäudekosten sind verringert. Und zwar sind wir darauf gegangen, weil das sind 5% Verringerung, 20% Verringerung. Und jetzt kommt das Miese, was noch am Ende kommt. Denn wir haben auch den shagyptischen Glauben gegründet. Und dieser shagyptische Glauben, der hat einen ganz zentralen, wichtigen Punkt. Und zwar Bilderverbot. Bilderverbot ist komplett übertrieben. Da habt ihr nämlich Tempelgebäudezeit, minus 33%. Tempelgebäudebaukosten, minus 33%. Und Tempelbesitzung, minus 33%. Ihr könnt also Tempelüberhinspammen, relativ günstig. Wenn ich das jetzt zum Beispiel könnte, würde mich das Ganze nur 188 kosten, während die anderen 320 kosten. Also viel weniger Geld, was man sich da besorgen muss. Was schon mal sehr wichtig ist. Jetzt fragt ihr aber, Moment mal, Omni, aber du kannst sie doch gar nicht halten, weil du bist doch ein feudaler Herrscher oder Stammesherrscher. Und du kannst doch keine Tempel behalten. Ja, so ist es aber nicht. Tatsächlich werden wir nämlich, wenn wir auf unsere Region gehen, folgendes sehen, dass wir Laienpriester haben. Weltliche Herrscher kontrollieren ihre eigenen Tempelbesitzertümer direkt und erhalten alle damit einhergehend Vorzüge. Und das bedeutet, dass wir diese Fähigkeit, diese Bilderverbot, tatsächlich in diesen Regionen hier anwenden können. Wenn wir hier zum Beispiel ein Gebäude bauen, kostet uns das lächerlich wenig. Zum Beispiel 142 Gold. Ihr seht, wie viel wir abgezogen haben. Wir haben 200 verfluchtes Gold tatsächlich schon abgezogen. Und das Gebäude würde in zwei Monaten fertig werden. Das ist komplett wahnsinnig. Das Ganze wird noch dazu addiert. Jetzt muss ich gucken, ob er das noch hat. Ich weiß nicht mehr, ob das nach der Herrscher war. Es gibt noch die Möglichkeit, dass ihr einen Herrscher am Anfang, auch wenn ihr einen kustomisierten haben könnt, auch noch den Pleißig-Trade geben könnt. Und dadurch wird es so, dass ihr auch nochmal Entwicklungen erhöhen könnt in eurem Hauptgebiet. Und das hatte ich am Anfang auch hier drin, um das eben nochmal zu beschleunigen. Es ist trotzdem relativ langsam gewesen, weil eben diese Seuchen mich tatsächlich immer wieder zurückschlagen und wir nicht die perfekte Position hier haben. Zurück an unserem anderen Save können wir mal gucken mit den Religionen. Ja, was bedeutet das denn? Ja, es ist tatsächlich ein riskanter Schritt. Es geht aber gerade hier unten in ein Gebiet, wo die Religionen nicht so ganz fanatisch sind. Pluralistisch sind die, das heißt, unser Glaube wird sich dann nicht direkt als abartig gesehen oder wir werden komplett verfolgt. Das könnten wir erstmal reformieren. Das wäre die Option 1. Ups, Option 1. Oder wir könnten halt tatsächlich einen anderen Glauben annehmen. Und das Lustige ist halt, wir können hier einfach nur diesen einen Glauben wegquellen. Und wir können relativ günstig tatsächlich zu gewissem Glauben konvertieren. Ich zeige euch gleich noch, wie man das noch günstiger machen kann. So, Valdenzertum ist tatsächlich in keiner Graferschaft vorhanden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zum Glauben konvertieren, müssten wir nur 850 Glaube bezahlen. Ja, was für ein Zufall, weil dann Valdenzertum, verdammt, hat tatsächlich ein Bilderverbot. Minus 33% Gebäudekosten, Bauzeit und so weiter. Das Gute ist auch, Laienpriester. Es gibt noch mehr, die halt Bilderverbot haben. Aber hier zum Beispiel theokratisch, aufpassen darauf. Theokratisch darf da nicht stehen, sonst könnt ihr Bilderverbot nicht nutzen. Und ihr solltet am besten auch was nimmer Pluralistisches, damit ihr auch noch mit anderen Ehen eingeben könnt und solche Geschichten halt. Damit ihr nicht ganz so in so fremden Gebieten auf die Mütze bekommt. Und dann könnt ihr tatsächlich für lächerliche 800 Glaube, ihr müsstet euch das nochmal vorstellen, für 800 Glaube konvertieren. 850. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch mit dem Lebenszweig, den wir auch eben schon gezeigt haben, Bildung nochmal verringern. Und zwar gehen wir wieder in Gelernte und gehen diesmal in Aufgeschlossen. Und dann gehen wir in Abtrünniger. Und da könnt ihr einfach sehen, Glaubenbekehrungskosten minus 75%. Das heißt, ihr könnt zu diesem Glauben für ein Apfel und ein Ei bekehren. Und das bedeutet, ihr könnt tatsächlich recht günstig darauf konvertieren. Das müsst ihr einmal im Charakter machen und danach nie wieder. Das ist also relativ schnell und straightforward. Ihr müsst halt nur einen entsprechenden Glauben haben. So richtig von den ganzen Tempeln natürlich profitieren könnt ihr erst, wenn ihr eben feudalisiert seid. Da müsst ihr eben dran denken. Deswegen würde ich, wenn ihr noch nicht so sicher seid, am besten sagen, ihr geht erstmal einen feudalen Herrscher an. Auch wenn ihr dann keine Auen habt. Sondern geht dann eben zum Ackerland oder sucht euch irgendein Gebiet aus. Denkt halt nur dran, die richtigen Traits zu nehmen, damit ihr eure Entwicklung pushen könnt. Und dann könnt ihr tatsächlich relativ schnell alles mögliche erreichen. Wenn ihr es richtig einfach haben wollt, geht ihr tatsächlich nach Indien und nehmt dieses Gebiet hier unten. Da habt ihr nämlich, wie ihr sehen könnt, so ein richtiges Zentrum von Ackerland. Das ist das Stärkste, das es gibt. Plus, wenn ihr das Gebiet hier zum Beispiel seht, hat nicht alles Ackerland. Aber hat sieben Slots, in denen ihr bauen könnt. Davon sind fünf Slots tatsächlich Ackerland. Zwei Dschungel, die sind dann relativ irrelevant. Und dann habt ihr nochmal hier mehrere Ebenen, die sehr okay sind. Und habt noch mehr Ackerland. Also das ist das Stärkste, was ihr haben könnt. Wenn ihr also sagt, ich möchte es möglichst einfach haben, würde ich euch hier mal versuchen, das mal zu üben. Und dann mal zu sehen, wie schnell ihr auf 100 Entwicklungen kommt. Oder zumindest Konstantinopel einholt. Und was für eine Amelie ihr unterhalten könnt. Ihr habt es eben vielleicht gesehen, ich kann es aber auch nochmal zeigen. Es ist nicht über beeindruckend, aber wir haben 6000 Truppen. Und klar, wir haben jetzt auch ein größeres Gebiet. Aber ich halte tatsächlich nur dieses Gebiet hier unten. Und wir sind noch nicht mal feudal. Da würde es natürlich etwas runtersacken. Aber wir könnten es relativ schnell wieder auffangen, weil wir eben die ganzen Tempel hier bauen würden. Und diese Tempel auch dann einnehmen würden. Eben mit unserem Bonus, den wir haben, um die eben auch gut wachsen zu lassen. Das hier und das Gebiet wäre eben das, was wir, ihr seht, in der Kultur schägyptisch haben wollen. Ihr seht auch hier, schägyptische Ägypten nur in diesen Gebieten. Nur in diesen beiden. Das ist eigentlich schon ein Fehler. Das sollte schon nicht sein. Es sollte eigentlich nur in diesem Gebiet sein, weil die Entwicklung hier bei 12 ist. Und wir dann am schnellsten tatsächlich forschen können. Hierunter können wir jetzt entscheiden, was wir forschen. Und ihr seht dann, die Geschwindigkeit gibt sich nur über unsere Sachen an und wie hoch unsere Bildung ist. Und da ist dann, erst dann, und das ist der wichtige Punkt, erst dann solltet ihr anfangen, wirklich Gebiete zu erobern. Erst wenn ihr wirklich viele Entwicklungen habt. Das müssen nicht 100 Entwicklungen sein, dann ganz sicher nicht. Das kann man einfach aus Spaß machen. Aber wenn ihr halt wirklich merkt, ich bin jetzt hier zum Beispiel in Entwicklung, bin ich mit meinen 12, ihr seht es, in diesem Gebiet hier ein absoluter Vorreiter. Weil ich nur mit Kent, was übrigens auch mir gehört, glaube ich, ja, tatsächlich noch gleichgezogen bin. Also auch da habe ich 12 Entwicklungen. Natürlich ist Konstantinopel noch bei 3, schon bei 23 oder 34 sogar. Aber ihr seht, wir kommen da langsam ran. Und dieses Snowball-Effekt wird ja immer höher, wenn euch nicht gerade diese blöden Krankheiten tatsächlich auf die Nerven gehen. Könnt ihr hier konstant diese Entwicklung pushen. Und werdet irgendwann, wenn ihr es geschickt macht, und da gibt es bessere Positionen als Irland, wie gesagt, in den Auen oder Ackerland, könnt ihr Konstantinopel relativ leicht in die Tasche packen. Jo, das wäre es eigentlich mal für so ein Tutorial. Ich habe einfach mal so ein bisschen freie Schnauze da überlegt, wie man halt wirklich mit kleinen Gebieten gigantische Armeen aufbauen kann. Ich würde euch gerne ein Savegame zeigen. Ich, ganz ehrlich, kommt aber einfach bei Twitch vorbei. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal streamen. Dann kann ich euch das Ganze auch nochmal live zeigen. Und mit und mit können wir das dann mal aufbauen und nochmal probieren, da möglichst schnell so eine Entwicklung durchzuhauen. Wenn ihr irgendwelche Tutorials noch habt, wie gesagt, genauer nochmal auf die Kultur-Trades eingehen, ein bisschen was auf Kampf eingehen und dann das Gelände nochmal genauer betrachten, auch im Kampfbezogenen Prinzip oder sonst irgendwelche Erbsachen oder so, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde gerne eine Reihe draus machen, aber es kommt natürlich immer auf die Resonanz an, sage ich ganz ehrlich. Und deswegen haut ein Like raus, gebt ein Kommentar, Abo und alles, was ihr braucht. Und kommt gern, wie gesagt, bei Twitch vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal.